Was geht ab Fiesta Online Freunde? Unglaubliche Neuigkeiten, ein neuer Server namens Kebing wird demnächst eröffnet. Alles was ihr dazu wissen müsst, werde ich euch in diesem Video erklären. Let's go! Und ich sag direkt, die Idee dahinter finde ich richtig cool, aber so ein paar Details feiere ich nicht so, ja? Wir steigen einfach mal direkt ein. Grüßt euch Isianer! Wir freuen uns, den bevorstehenden Start brandneuen DE-Servers ankündigen zu dürfen. Der neue Server Kebing öffnet am 10. Oktober 2023 um 18 Uhr. Eine nostalgische Reise in die Vergangenheit, um euer Abenteuer wirklich einzigartig zu machen. Was ich dazu sage, ich finde, immer wenn ich Fiesta Online spiele, habe ich wirklich diese Nostalgie-Vibes. Das ist mir letztens aufgefallen, als ich einfach nur in Uruga meinen Verkaufsstand aufgestellt habe. Aber Fiesta Online gibt mir tatsächlich dieselben Oldschool-Feelings wie so Pokémon, die ersten Generationen oder Yu-Gi-Oh! am Anfang. Ja, das gibt mir einfach auch dieses nostalgische Gaming-Feeling. Dafür finde ich die Idee schon mal gut, weil hier gibt es nämlich, um schon mal die wichtigste Sache zu klären, am Anfang den Level Cap 105, ja? Da gibt es aber eine Sache, die mich stört, und zwar das ist dieser Punkt hier. Dieser Punkt stört mich an der ganzen Sache sehr. Das wäre auch mein größter Kritikpunkt. Weil ich bin mir ziemlich sicher, dass das Community-Feedback hier sehr gemixt sein wird. Und das wäre mein größter Kritikpunkt hier. Level Cap Erhöhungen im Laufe der Zeit. Dynamisches Progressionssystem. Alle drei bis sechs Monate werden das Level Limit anheben. Bedeutet, dass neu am Horizont auftauchen. Und das finde ich persönlich sehr schlecht, ja? Weil es dann quasi so diesen Unique-Faktor vom Server in gewisser Weise wieder wegnimmt. Hätte man diesen Punkt weggelassen, würde ich die Idee zu 100% feiern, ja? So sehe ich es ein bisschen schwierig, weil wir müssen ja langfristig denken, ja? Wir könnten, guck mal, also klar, der Server wird Hype haben, sagen wir die nächsten Monate, sicher. Aber ich denke immer gern langfristig, ja? Wir müssen noch mal gucken, was ist in zwei Jahren, was ist in drei Jahren? Wenn dann die Caps so angehoben werden, wie auf den anderen Server, verliert der Server dann so quasi diese nostalgischen Vibes. Wisst ihr, was ich meine? Ohne diesen Punkt hier würde ich es richtig feiern. Aber dass die dann auch Cap Erhöhungen machen im Laufe der Zeit, finde ich ehrlich gesagt nicht gut. Das wäre mein größter Kritikpunkt dahinter. Ansonsten feiere ich die Idee. Sprich meine, also ich hätte es besser gefunden, man hätte gesagt 105 und fertig. Ob es dann irgendwann langweilig ist, ja gut, könnte auch sein, ne? Schwer zu sagen. Aber ich hätte gedacht, es wäre so besser. Aber gut, könnte man auch drüber streiten. Weil sonst fehlt mir aber auch so ein bisschen der USP sozusagen, wenn dann langfristig auch die anderen Erweiterungen kommen und so. Aber naja, wir können uns ja noch mehr Details dazu durchlesen. Ich sage direkt, ich werde ein Video dazu machen am 10. Oktober, so abends ungefähr gegen 20 Uhr. Weil es sieht einfach immer so lustig aus, wenn so viele Fiesta Online Chars auf einem Haufen rumlaufen. Das werde ich auf jeden Fall auf Video für euch festhalten. Wenn ihr da an dem Tag keine Zeit habt oder so, ich werde abends auf jeden Fall ein cooles Video dazu machen. Ob ich selbst langfristig spiele, darauf ist eine spannende Idee. Es kommt ein bisschen darauf an, wie der Hype ist. Aber an sich finde ich es geil, weil hier dann so Oldschool Sachen wieder mehr wert sein werden. 70er Blues Farm im TT wird mehr wert sein. Ne, warte mal, wo hat man die nochmal gefahren? Ne, 70er Blues hast du, glaube ich, auf der Helga-Map gefahren, oder? Weil die sind Viecher ne 50er. Jedenfalls so oder so, das ganze Oldschool-Zeug, was wir alles da so gefeiert haben, das wird mehr wert haben. Auf dem neuen Server, dafür finde ich schon mal cool. Sprich, auch diese Oldschool-Sachen, Farben, das lieben ja viele von euch. Viele von euch gucken heute noch meine 10 Jahre alten Farm-Videos vom LDH. Braucht man heute auf Server-Case oder so nicht machen, weil niemand mehr in dem Bereich so wirklich spielt. Also, es gibt ein paar Ausnahmen, aber ne? Deswegen, dieser Low-Bereich wird hier ein größeres Thema und das finde ich cool. Man muss aber dazu sagen, es hängt auch da viel von ab, wie viele mitmachen. Wenn da jetzt nur ein paar hundert Leute mitmachen und der Server quasi leer ist, wird es kein Erfolg. Und man muss dazu sagen, das Unterfangen hier ist durchaus risikoreich. Das kann ein kompletter Flop werden, wenn die Leute das nicht feiern. Das kann auf jeden Fall floppen, hundertprozentig. Deswegen, es kommt ein bisschen drauf an. Also, ich hätte theoretisch auch Bock, weil das ist lustig. Ich hatte nämlich Lust, einen Hexenmeister hochzuziehen. Ich dachte mir, ich habe ja eher jetzt nur den Zauber, wie auf Karsus ist eigentlich blöd, muss ich dann auch Hexenmeister. Das ist meine Gelegenheit, einen Hexenmeister hochzuziehen. Von daher freue ich mich drauf. Wobei, als Free-to-Play-Spieler ist Mage eigentlich nicht so geil, aber... Also, Mage oder Jäger würde ich mir noch ziehen, aber wahrscheinlich Mage, weil ich habe Bock auf Hexenmeister. Ihr könnt mir ja wie immer ein bisschen helfen, dann beim Level und so. So, lesen wir nochmal ein paar andere Sachen. Der Server ist sowohl für neue als auch fürs zurückgegangenes Spiel. Egal, ihr neu anfangen wollt, oder ne? Aufregende Änderungen, lest weiter. Neuer.de-Server bringt euch zurück in eine Zahl, ne? Höchststufe 105, ja, das ist schon mal cool. Fang neu an, erlebt eure Erlebnisse nur noch einmal. Wenn auch mit ein paar einzigartigen Wendungen während Phase 1, ne? Einige Überraschungen sind bereit, haben euer so unvergessen. Ah, da gibt es also so Special... Also, es wirkt so ein bisschen wie so eine Art Events-Server. Also, wie bereits sogar kurzfristiger Hype ist, glaube ich, ziemlich basicly garantiert, aber auch Zeit langfristig, was da denke ich eher, ne? Weil, ja, muss man gucken. Kein Charakter-Transfer, finde ich schon mal gut. Damit wollen wir ja, die gleiche Chance dann neu anzufangen und unvergessen die Abenteuerung. Ja, gleiche Chance in einem Spiel, was sich sehr durch Pay-to-Win-Aspekte definiert. Ja, je nachdem, wie man es sieht, ne? Also, ja, also ich meine, kein Charakter-Transfer, ja, kann man so machen. Äh, weitere Herausforderungen. Und die neuen Charakter-Transfer aufleveln ein wenig schwieriger, um die Dinge interessant zu halten. XP-Anforderungen pro Level 1,2... Warte mal. Also, wenn du jetzt normalerweise eine Million bräuchtes, würdest du jetzt 1,2 Millionen brauchen. Hm, interesting. Also, das soll sozusagen dann ein bisschen länger dauern. Aber 1,2 ist jetzt nicht so hoher. Aber heutzutage levelt so relativ schnell auf 105. Also, es werden manche Leute in drei Tagen schaffen. Oder zwei wahrscheinlich eher. Ausgerechnet eine Item-Drops. Um das Gefühl, das Abend ist auch recht. Dann passen wir die Item-Drops ebenfalls an. Hochrangige Items, die die Inhalte im niedrigen Level-Bereich zum Einfach machen könnten, werden entfernt. Um sicherzustellen, dass sich jedes Item wertvollen würden. Also, wie bereits gesagt, die wollen wirklich so auf dieses Drop-System setzen. Das finde ich cool, weil viele Leute von euch feiern dieses Farm-System. Viele Leute von euch gucken immer auch diese Farm-Videos von mir, die alten. Na, das finde ich schon mal... Finde ich schon mal gut. Aber was meinen die? Meinen die damit so Zeug, was du durch Shinies finden kannst? Aber das ist wahrscheinlich, oder? Ich schätze mal, die Meinen so Zeug, was du durch Shinies, so komische Buff-Dinger und so ein Grau. Wahrscheinlich so. Was haben wir noch? Mob-Wahnsinn im Abyss. Wir erhöhen die Anzahl der Mobs in den Abgrund verließen. Abyss und passen ihre Sponsoren. Um mehr Möglichkeiten für epische Kämpfe... Okay, also hier merkt man, dass die so ein bisschen den neuen Abbey-Trend aufgreifen. Den sieht man vor allem auf YouTube sehr stark. Aber da würde ich mich nicht von täuschen lassen, weil viele... Also, der Großteil der Fiesta-Spieler mag kein PvP. Das muss man wissen, ne? Sprich, Abbey-Leveln, ja. Aber viele Leute mögen kein PvP. Also, es wird mehr so was für eine kleine Anzahl an Spielern, die diese Abbey-Pvp-Action mögen sein. An sich finde ich es auch cool, aber wie bereits gesagt, der Average-Fiesta-Spieler mag kein PvP. Das muss man dazu wissen, ne? So, das wäre hier mein größter Kritikpunkt. Level-Cap-Ergung im Laufe der Zeit feiere ich gar nicht. Den Punkt feiere ich überhaupt nicht. Weil, wenn du langfristig denkst, irgendwie in drei Jahren ist der Server wie alle anderen und vielleicht inaktiv. Das ist dann total blöd, finde ich ehrlich gesagt. Falls es so kommt, ne? Also, den Punkt finde ich ehrlich gesagt sehr blöd, muss ich ganz ehrlich sagen. Hätte man gesagt, ja, wobei, dauerhaft 105 wäre aber auch langweilig, oder? Das ist so ein bisschen schwierig. Man muss da so ein bisschen die Balance halten zwischen Oldschool und Cap-Erhöhungen. Also, ich sag mal so, dieser Server hier hat das Potenzial, ein Hype oder ein totaler Flop zu werden. Das ist wirklich beides möglich. Das muss man dazu sagen. Das haben wir hier noch so. Bereit für ein Unvergessliches. Das bleibt auf dem Laufenden für Updates, Events und Überraschungen. Also, ich werde euch auf jeden Fall auf YouTube informieren, wann immer was cooles Neues an Infos rauskommt. Ich werde auf jeden Fall ein Video machen am 10. Oktober. Nicht um 18 Uhr, weil zum Start lag meistens irgendwas, irgendwas stürzt, aber... Aber ich schätze mal, so gegen 20 Uhr an dem Tag werde ich aufnehmen. Ob ich auch streamen werde an dem Tag, weiß ich nicht. Das würde ich euch auf YouTube dann nochmal sagen, beziehungsweise... Muss ich mir noch überlegen. Ja, ein Videoaufnehmer habe ich Bock zu streamen, ist mir abends meistens auch ein bisschen zu anstrengend. So, also ich fasse nochmal zusammen, neuer Server soll so ein bisschen die Oldschool-Vibes. Was ich cool finde, ist dieser Fokus auf so Farmen von so Staff, dass man dann wieder in den Verließen ein bisschen mehr Fun hat und die Items auch eine höhere Bedeutung haben, wenn das Level nur 105 ist. Den Punkt finde ich ein bisschen blöd hier mit dem Erweiterung im Laufe der Zeit. Ich finde, das nimmt dem Server so ein bisschen das Besondere, den USP sozusagen. Da bin ich skeptisch, ob das eine gute Idee ist oder nicht. Ansonsten finde ich die Idee cool. Ja, muss dann gucken, Leute. Ich bin weder besonders positiv gestimmt noch besonders negativ. Ich denke, es kann cool werden. Ich denke, es kann aber auch komplett floppen. Und ich schätze auch, dass das Community-Feedback sehr gespalten wird hierbei. Da bin ich mir jetzt schon sicher. Also auf Discord geht da bestimmt gerade die Post ab in der Diskussion. Das weiß ich jetzt schon. Naja, die Idee ist cool. Ich werde auf jeden Fall daran teilnehmen, weil wie bereits gesagt, ich wollte mir eh einen Hexenmeister hochziehen. Es ist lustig, dass jetzt so diese Chance dafür kommt. Aber ich hatte schon einen coolen Namen für den und dachte mir, den würde ich eigentlich gerne spielen. Aber jetzt habe ich schon den Zauber, lohnt sich eigentlich nicht. Und jetzt, there you go. Wobei ist Mage denn so gut zum Farmen? Early Game. Ähm, nur mit, also Mage ist extrem Equipment-lastig. Jäger ist immer das, wo du nicht so viel. Also wahrscheinlich wäre ein Jäger taktisch klüger als ein Mage. Ich habe eigentlich keinen Bock auf einen Jäger. Ich kann ja mit ein paar Homies von euch hier dann farmen gehen oder so. Ja, weiß ich nicht. Ich muss übergucken, Leute. Ich werde auf jeden Fall ein paar Videos zu machen. Ich finde die Idee cool, aber es kann auch wirklich floppen. Da muss man ein bisschen gucken, was ist eure Meinung zum neuen Server? Schreibt es gerne in die Kommentare. Falls es wichtige News gibt, halte ich euch auf dem Laufenden. Ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Zocken. Bis zum nächsten Video. Ciao, ciao. Ciao, ciao.